ich stipps deine nase ich hab deine nase frag wo deine nase ist ich sagte frag wo deine nase ist long time no see willkommen bei der dritten vtuber compilation wie immer viel spaß und vergisst nicht zu bewerten wenn wir uns durch quetschen ja aber das wäre fast daneben gegangen gut dass wir gespeichert haben freunde es ist zeit es ist zeit für uns unser ein charisma spielen zu lassen ich würde dich gerne besser kennenlernen wirklich ruhig weiter ich würde dich gerne besser kennenlernen ich habe mir jetzt gerade noch eine ibo genommen eine 200 moment mal ist da gerade ein panda lang gelaufen also ich will ich möchte auch meinte mit so ich will damit jetzt nicht irgendwie sagen so abonniert mich oder so diesem geld könnte ich noch einen größeren staubbäbel kaufen leute ich wollte mal durch nur meine sorgen erzählen liebe kinder genau so genau da kommen pappkartons hier wenn ein pappkarton weibchen und ein pappkarton wenn man sich ganz doll lieb haben dann fangen sie an miteinander richtig hart zu buchen wollte dich löschen lösch mich lösch mich dann tust doch barisch tust doch lösch mich doch tust doch barisch lösch mich doch tust doch hast du nur eins von den brötchen genommen eins habe ich noch auf das bekommt später die katze was bro what the heck kein wunder dass der katze schlecht gibt wer gibt eine katze brötchen zum essen wo 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 wir wie gekuppelt werden da hat sie wo 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 wie sind wo es wo es ARD Text im Auftrag des WDR